Was geht ab meine lieben Freunde, C zu dem AX Quicksal am Start und heute wieder mal mit einem neuen Video auf unserem Kanal. Und zwar ist ja heute wieder eine neue Battle Pass Woche rausgekommen und zu dieser Battle Pass Woche habe ich natürlich alle Lösungen für euch mitgebracht. Das Ganze mal wieder auf einer einzigen Karte, also ich werde euch gleich ein Bild einblenden, wo auf einer Karte, also die Fortnite Map, komplett alle Lösungen der Battle Pass Woche 5 eingeblendet sind. Und diese Lösungen könnt ihr dann halt ganz normal abarbeiten und euch durch die Woche 5 durcharbeiten, Leute. Und ja, ich denke ihr werdet circa 1-2 Stunden brauchen, bis ihr komplett alle Missionen fertig habt, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Pausiert einfach das Video hier bei der Karte und ja, zockt einfach die Missionen durch, Leute. Ansonsten war es das jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, außer die Karte einzublenden. Also außenrum seht ihr halt alle Herausforderungen, die jetzt heute rausgekommen sind und auf der Karte direkt seht ihr, wo sich die ganzen Sachen befinden und was ihr machen müsst. Ja, ansonsten würde ich sagen, falls ihr neu auf diesem Kanal seid, würde es uns freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Wenn ihr uns auf dieses Video ein Like da lassen könntet, einen Kommentar. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal und ciao.